sehr merkwürdig es war ja beste okay nächste zone wird ach ich bin doch ich bin drin und jetzt sagen ich bin doch die nächste zone wird interessant dann wird irgendwann mal gemacht ganz kurz was checken deswegen deswegen im sinne von dass er mir das spiel hier schließt wenn ich irgendwo raus tabbe so die lisa zähne die kann ich jetzt mal raus löschen da hält er was da 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 ist pro gamer vorzahl so leicht net jetzt net hat er mitgebracht aus kämpfer ja da war ein safer Hauscamper du warum Zalaci was da los bei dir achso wegen deinem Rechner immer noch oder was gibt nichts was der hätte was ich haben wollen will Okay. Alles klar, Shadow. Ja, später muss ich auch noch, ich muss noch Böller ein bisschen einkaufen. Aber hau erst mal rein, viel Spaß. Aber wie ich gesagt habe, dass von da jemand kommt. War eigentlich fast klar. Ja, wie gesagt, ich habe dir von Anfang an gesagt, Salatsche, dass ich Mo gar nicht geil finde. Ja, nicht so, als ob ich jetzt nicht sagen könnte, ich habe es dir doch gesagt. Da drin ist ein Job. Ja, keine Ahnung, wollte er reinrobben oder was? Frag mich bitte, was der da macht. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ihr sagt AUG? Ja AUG, was hat die für eine Munition? Die will ich jetzt auf jeden Fall spielen. Vielen Dank. Hey, Davion. Was ich vielleicht mal recht gehabt haben, aber... Okay. 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 Eine Fresse hinter mir. Das war jetzt easy für ihn. Das war sehr easy, leider. Schade. War eine schöne Runde bis dahin. Endlich mal wieder eine schöne Runde.